Hi und willkommen zurück bei Leon X und heute spielen wir wieder eine private Runde, Dead by Daylight. Lukas ist wieder nicht da, ich weiß nicht, wieso nicht. Aber ich muss sagen, wir haben diese Woche echt Probleme mit dem Aufnehmen gehabt, ne? Hier, Mario konnte ja am Donnerstag nicht, äh Quatsch, am Donnerstag sag ich, am Freitag und Samstag nicht. Mario konnte auch am Freitag nicht. Ich war die ganze Zeit irgendwie online, hab gezockt, The Forest, hab mein Fortnite weiter ausgebaut. Da hab ich gefragt, wann ihr kommt, ihr wart nicht da. Ich hättest mich mal anschreiben können. Sag doch erst mal Hallo. Hallo. Hättest ja auch schreiben können. Ich hab geschrieben. Ja, Freitag nicht. Auf Freitag konnte ich ja nicht, aber Donnerstag? Donnerstag, Mai, ich komm schon mal hier. Naja, egal. Wir spielen auch diesmal nicht die Charakter, die wir sonst spielen, wir machen heute wieder ein tägliches Ritual. Wie ist das? Keine Ahnung, nicht von mir. Ich weiß nicht, was das ist. Weiß nicht, was der Shit macht. Das, das bringt uns zum Autohafen Schrottplatz. Naja. Ne, wir machen heute alle tägliches Ritual. Ich muss insgesamt fünf Minuten lang verfolgt werden vom Killer als Mac Thomas. Und, äh, ihr macht ja auch ein tägliches Ritual, ne? Hey, soll ich nicht stehen? Ja. Ich muss ein paar Leute retten. Ach, du musst einfach nur abhauen, oder was? Ich muss ein paar Ausgangstore öffnen. Ja, ja, ja. Viel Glück dabei. Okay, wir machen heute. Du musst mir nicht warten, Alter. Okay, wir sind schon mal ein Generator. Hier ist direkt der Killer Bei dir? Wer ist es? Wer ist es? Ich hab's nicht gesehen, weil ich abhauen muss Achso, achso Ich seh hier zum Beispiel gerade keine Fallen Es ist die Jägerin Es ist die Jägerin Ach scheiße, oh god Das kann ja heißer werden Das kann ja heißer werden Eiko-Tower Gut Das Scooter-Neck ist ja die Künstler-Zumpf Du bist ja sogar vor und ernst stark Ich hab gleich den ersten Generator Junge, hau ab! Mein Gott! Oh Gott, der kommt ja noch durch Und geschafft Ich bin in der Nähe von dir Ich mach grad auch nen Generator Ja, da hinten wahrscheinlich, ne? Ich komm einfach wieder zu nix Soll ich gleich wieder auf dem Boden liege Ja, natürlich! Du bist nur paar Meter von hier weg Da bist du! Okay Die Jägerin ist hier Die Jägerin ist hier Oh je, ich glaub sie bringen ihn ins Haus Okay Ach das, was du? Ja, das bin ich Mario, bringt sie dich ins Haus? Äh, ne, die hat mich auch gar Ach, da hinten? Genau, ich versuch dich zu retten Genau, ich versuch dich zu retten Ich würd noch was du hast Ich würd warten, ich würd warten Ich würd warten Die sind bestimmt noch in der Nähe Guck mal, steht die alte da noch? Ich hör sie auf jeden Fall Ja, die steht noch neben dir Ja, die steht hier Ja, die steht hier Bleibt die da stehen? Scheiße Bleibt da stehen, ne? Überhaupt da stehen Da ist das ein Camper Camper Ja, natürlich Ja, okay Ich geh ins Haus und guck mal im Keller Ob ich da ne Truhe finde Weil die Da soll einer ablenken Einer hängt den Mario ab Ja, warte, das machen wir Ich bin hier an dem Hügel da Wo bist du? Ich bin bei dem Reifen Bei diesem komischen Auto Hier sind viele Ach, okay, ich bin beim Haken Der direkt daneben ist Ja, ich seh dich Okay Ich steh hinter dem Baum Direkt hinter dir Ja, ich muss kämpfen Ja, ich muss kämpfen Ja, dann kämpf Uhu, Jägerin Hier bin ich Okay, dann rette ich mich Okay, ich bin tot Natürlich Nein, das ist nicht dein Ernst Wie hat mich jetzt gesehen? Spinner, du kannst doch nicht einfach aufgeben Kranker Bastard Waren sich runter So schnell weg Wann da gerade zu dir rennen? Naja Nein, 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 nein Boah Alter, war das knapp Egal, dreist dich kein Sieg Schnell ins Haus, schnell ins Haus Hoch die Treppe Wann sind jetzt die Anschräge Wo kommt die der hier? Ja, die konzentrieren. Ja, aber ich bin nicht in den Keller gegangen. Ich bin nach oben gegangen. Ich bin wieder beim Bagger. Klettert zum Fenster hinaus. Sie hat mich verfehlt. Sie ist mir immer noch auf das Erste. Jetzt hat sie mich, glaube ich, verloren. Ja, sie ist noch da. Ups, scheiße. Hat sie dich? Nein, ich habe nur den Generator verfehlt. Aber ich höre sie, die ist irgendwo in der Nähe. Scheiße, ich muss hier weg. Bin sie gerade los geworden. Ah, Mario, das wird wohl nichts mit dem Tor eröffnen. Entschuldigung, mich regt das Spiel gerade extrem auf, weil die Runde gerade nämlich genauso lief. Scheiße! Miese Schnäpfel. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt von dem Spiel. Hast du dich gefunden? Nein, Claudette Morrell war im Keller, wo ich gerade hin wollte und hat sich die Taschenlampe geholt aus der Kiste. Ich wollte so gerne die Kiste in dem Keller haben. Jetzt verfolge mich die ganze Zeit, die Claudette Morrell. Jetzt höre ich wieder die Jäger. Ist die im Haus? Die ist am Haus. Okay, da kann ich... Jetzt hat sie gerade den Schrank geguckt dahin. Jetzt habe ich sowies verloren. Nein, da hinten ist sie. Jetzt kommt sie in meine Richtung und dreht ab. Ach, scheiße. Die ist am Haus vorbei gegangen. Ich bin hier beim Generator, der am Haus ist. Scheiße, ich habe mich glaube ich gesehen. Ich habe nicht gedacht, Mario war am Wasser so schnell tot. Die Runde ist genau wie die andere. Ja, ich bin direkt natürlich wieder am Wasser. Killer gespawned, der Killer verfolgt mich. Ich werde ihn nicht los und der hängt mich auf und kämpft dann. Ich liebe ihn, wie ich spiele. Nee, sorry, es fackt mich gar nicht, ne? Oh, das ist so. Mikurik, hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, vor allem gespawned, der kommt genau. Und das ist immer direkt tot und keiner kann nicht kämpfen. Ja, das, das fackt mich wie lächerlich noch. Wie habt ihr mal das Glück in den Kopf? Warum ziehst du eigentlich immer die A-Karte? Shit. Ist die bei dir? Nein, im Generatum, bro. Was hat denn hier für den Namen? Da steht ja der Name, pum 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 pum. Guck mal unten, meinen Toten spielt er. Ja, das geht. Meine hat erkehrt. Oh shit, oh shit, jetzt kommt die bestimmt in meine Richtung, jetzt kommt die bestimmt in meine Richtung. Ohhhh Ja komm Ich kann die nicht heilen. Gott, die ist hier noch näher. Ich kann die nicht heilen. Aber die heilen sich selber, okay. Aber du guckst mir schon zu. Was soll ich sonst machen? Ja, gut, auch wieder da. Außer mich auf das Spiel verharfen zu lassen. Ja, ich glaub das Spiel mag die. Ich mach erstmal tot im Karotzer. Ah stopp, ah ja. Ich glaub so, Dirt Moral hat das eingehört, dass man sich einmal selbst heilen kann. Weiß hier an wo die ist? Sie summt grad rein, ja. Ich seh sie nicht. Okay, jetzt ist sie wieder weg. Huch, es gibt zwei von den Baggern. Seh ich ja jetzt erst. Was war das? Mario, was war das? Ne, ich hab gehuset. Ne, da hat irgendwas geklatscht. Keine Ahnung. Von mir jedenfalls nicht. Ach hallo. Ich glaub sie ist da hinten bei dem einen Baggern. Okay. Das hab ich dir da voll gewonnen. Leid ich da nach Hause und hab so. Aber du holst. Jetzt hör ich sie. Oh Gott, die ist in der Nähe. Lauf, 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 lauf. Nein, warum war ich? Oh, sie hat mich erwischt. Und des Brennwings. Ist ja hinter dir. Ja. Wohin läufst du gerade? Ich lauf gerade wieder zurück. Aber nicht zum Generator, ne? Da geh ich jetzt. Jetzt hat sie mich gesehen. Ich mach den Generator zu Ende. Ja. Ja. Warte, nein. Sie kommt zum Generator. Ach egal. Hat die nicht echt nicht gesehen? Hau ab. Ich weiß, ich weiß, ich hau ab. Ja. Ein Generator schaffen wir. Ach ja. Ach ja. Ne Kiste. Genial. Welche Laster an Verbandskästen? Das ist eigentlich recht simpel. Ich versteck nicht mal hinter dieser Wand. Ja, das hab ich auch gemacht. Ja, das hab ich da nicht gesehen. Die Frau hat's gehabt. Nein, Taschenlampe, ey. Scheiße. Jemand schon Tote zerstört. Wie ist denn eigentlich jemand, der Taschenlampe den Killer zu blenden? Ja, bei mir klappt das irgendwie. Weil bei mir, mich blenden sie. Ich bin jetzt bei dem Haken, wo Mario vorhin hing. Okay. Mach da den Generator. Die ist auf der Ausgang direkt. Geht mich schon? Beim, beim einen großen Böcker. Okay. Ich geh zum anderen Ausgang. Es kommt jetzt ziemlich oft mit der Land. Nein, sie hat mich. Nein, sie hat mich erwischt. Sie hat mich erwischt. Sie hat mich erwischt. Okay, ich sehe dich. Ja, sie heben mich jetzt auf und hängen sie mich am Haken. Egal, ich wehre mich. Ich wehre mich. Ich wehre mich. Nein, ich komm jetzt grad hin. Nein, da ist der Haken. Nein, da ist der Haken. Nein, da ist der Haken. Nein, scheiße. Camper. Nein, ich bin noch in der Nähe von dir. Ja, aber die campen die ganze Zeit. Das ist egal. Ich weiß nicht, ob wir das nicht passiert. Jetzt haben wir keine andere Wahl. Ach, fair und zu schön. Ich komm. Warte, warte. Jetzt sie weg, sie ist beim Auge. Nein, warte, 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 warte. Warte, 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 komm zurück. Ist mir egal. Ist mir egal. Jetzt hat sie dich erwischt. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich renne doch schon. Ich bin auch nur ne lahme Krücke. Weißt du, ob der eine Ausgang schon offen ist? Ich hab keine Ahnung. Ist mir auch egal. Weil ich jetzt rennen muss. Einer war auf jeden Fall offen, nachdem man auch das Geräusch gehört. Das war der letzte Generator. Der da hinten ist tatsächlich offen. Wie siehst du das? Ich sehe, dass das Tor offen ist. Rokko, hau ab. Hau ab, renn durch. Ich bin da. Ich bin im Keller. Du bist im Keller? Ah, sie steht hier beim Ausgang. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, wie mies. Was soll das denn? Was soll das denn? Alter, ich hab mich todes erschrocken. Soll ich dich nochmal wecken? Nein, ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt direkt sterben. Hau ab, hau einfach ab, Rokko. Hau einfach ab. Renn durch, renn durch. Renn durch. Einer von uns schafft es. Das bist du. Hau ab. Oh, vielleicht schaffe ich das noch. Vielleicht schaffe ich das noch. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sie ist direkt hinter mir, aber ich hab's geschafft. Ich glaub, sie hat keine Wurf-Exte mehr. Daneben. Sie hat daneben geworfen. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja. Wir rennen? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab's geschafft. Ich bin raus. Alter. Boah. Ach, das war echt. Bis jetzt grad in die Hose gerutscht. Zwar dreimal. Da kommt der Shackneck hier rein, während ich aufnehme. Item verdient. Das war mal ein Spiel. Alter. Ich hab grad so dick den Köttel in der Hose. Weißt du, ich geh da um die Ecke. Auf einmal steht die da random. Ich lad euch mal wieder ein. Okay. Ich pack den Kick. Was? Das war nur eine Minute? Nicht länger? Hä? Was? Wurde jetzt grade insgesamt im gesamten Spiel nur eine Minute lang vom Killer verfolgt anscheinend. Ja, das dauert immer. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, das kommt einem immer so lang vor, glaub ich. Dabei ist es gar nicht so lang. Ich glaub das Spiel zerstört dein Zeitgefühl. Ja, fünf Minuten sind lange. Ja, das hab ich für ihn noch nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich gut. Der nächste Spieler ist weg. Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist er ja. Vom Killer. Was bringt das? Das wüsste ich auch gern. Ich konnte es nicht lesen. Weil es vom Killer war. Ah, das ist nur mies. Weißt du nicht, ich will grad in den Keller gehen, kommt mir Claudette Morrell mit einer Taschenlampe entgegen. Ich will grad in den Auskriegen gehen, steht da der Killer. Ja. Ja, mach mal Glück gehabt. Dann gehst du so um die Ecke, du hörst so na 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 und dann denkst du dir so, ey komm schnell bevor die jetzt gleich hinter mir auftaucht, auf einmal steht die hier da im Auskauf und wartet da einfach auf dich. Aber es war nicht dumm, muss man ja sagen. Das war nicht dumm, das war schlau. War schon ein etwas erfahrener Killer. Ja. Trotzdem sind 3 von 4 entkommen. Einfach campen, das ist scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Da find ich die Methodik mit der Hexe viel viel Haken drin. Ja. Die hat das irgendwie extrem beschleunigt, dass ich gestorben bin. Ja, das kann sein. Ah, ich seh grad, ich seh grad Bill. Okay, ich seh grad, das bist du, ne? Ja, das bin ich. Ja, ihr seid zusammen. Klimt über seinen Backpack, genau. Wie heißt der? Wie heißt der? Mike. Mike. Scheiße, geht hier in der Nähe. Hallo Mike, grüß dich. Oh Gott. Nein, ich hab wieder die Jägerin. Schon wieder die Jägerin? Wieder? Ja. Ich höre die Jägerin. Ich höre die Jägerin. Super weit. Ich höre den Gattergraf noch. Ist die bei euch? Oh Gott, die kommt. Die ist kratzt, kratzt. Die ist kratzt, kratzt. Die ist kratzt, kratzt vorbei. Ich hab grad einen von euch an mir vorbei rennen sehen. Und ich bin... Ich hab mir gedacht, dem hinter dem ist die Killerin her. Und bin dann... Was? Die hat mich getroffen? Was? Die hat mich getroffen? Die hat mich getroffen? Wof Axt da? Mann! Ja, pass auf, das war so Mario. Du bist ja grad an mir vorbeigelaufen, ne? Ja, genau. Ich bin im Prinzip leicht parallel zu dir vorbeigelaufen. Und zwar genau in dem Moment, wo die Killerin kam. So hat die mich nicht gesehen. Hab ich gar nicht gesehen. Richtig, aber... Ich hab die natürlich auch wieder am Arsch gegeben, ne? Ich war hinterm Generator. Oh nein! Scheiße, jetzt ist die wahrscheinlich hinter mir, ne? Lauf nicht zurück. Ich lauf aus dem Haus. Ich bin grad am Generator. Du hast am Arsch gegeben? Ne, hab ich nicht. Nein! Waaah! Wow! Stark! Oh Gott, ist der hier. Nee, komm weg. Und... Fertig! Ah, da bist du, okay. Mario, wo bist du? Ey, ich komm grad auf dich zu, wo der Generator ist. Von wo? Vom Haus? Wo ist die? Äh... Oh Gott. Doch vom Haus aus. Oh Gott, hier ist ein Haken. Du bist weg hier. Nein, scheiße! Mario, bist du im Haus? Bist du im großen Haus? Ich bin im Haus. Äh, ich bin direkt vor dem Haus. Ich bin an der... Ah, die ist grad lang gegangen. Ich bin an der Treppe. Ich bin der Haupteingang. Hier ist ein Schrank. Die ist hinter mir her. Ja. Ich bin im Haus. Scheiße. Ich bin im Haus. Am Generator. Ach, da. Da bist du. Ja, okay. Kannst du mich heilen. Danke dir. Guck hinter dir, ne? Ich guck hier an der Seite. Ah, die ist hinter mir her. Scheiße. Wo seid ihr? Seid wir im Haus? Ja, wir sind im Haus. Ist grad im Haus, ja. Während die ich woanders hin. Ja, in die will das hinter mir haben. Das Gute ist. Ich weiß, wo der Keller ist, auf dieser Seite. Oh, Scheiße. Gis? Da im Guacke, wo bist du? Da hin! Ah, Scheiße. Er ist da ganz hinten. Pass mal, Schau. So, schnell zum Keller. Schlauere Arbeit. Guck mal, damit ihr es wisst. Mario, komm mal her. Guck hier. Hier ist der Keller. Ah, scheiße. Oko ist am Haken. Ich hol mir eben die Kiste und dann helf ich. Ok, Nebu, ich hol dir nur die in die Kiste. Soll ich schon mal zum Oko gehen, ja ne? Ja, geh schon mal vor. Du kannst, wenn du aus dem Keller kommst, dann ist rechts irgendwo ein Fenster. Kannst du durchspringen. Ich weiß nicht. Die ist bei mir in der Nähe irgendwo. Ich glaub, die ist bei mir in der Nähe. Ich seh die ja mal nicht. Oh Gott, ich geh wieder zurück. Alles klar. Die ist da irgendwo. Ah, die ist da. Scheiße, die hat mich gesehen. Ich geh die Treppe hoch. Ok, ich bleib erstmal im Keller, weil die hat mich nicht gesehen. Oh, ich werde schon gerettet, danke. Was? Boots? Schon gerettet? WTF? Jetzt wär ich jetzt gekommen. Ich bin schon gerettet worden. Mare, geht's dir noch gut? Ja, ich bin aber angeschlagen. Wo bist du jetzt gerade? Oh, ich geh immer noch im Arsch. W-Märin. Verpiss dich, Alter. Ja, natürlich. Da unten bist du. Ich schau grad in den Schränken nach. 0,20 neue Äxte. Ok. Auf jeden Fall bin ich eben im Haus drin. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich hab mich zur Hälfte ein bisschen erholt. Ich muss grad über der Killerin langkriechen. Weil sonst sieht die mich. Bindehilfe, ja. Bill war grad richtig nah bei dir. Ist die noch bei dir, Frederic? Bei mir eigentlich nicht. Ich klettere. Ich krieg gerade ein bisschen. Ja, die kommt grad wieder zurück. Ah, da komm ich. Sie bringt dich jetzt wahrscheinlich zu dir. Ja, jetzt kommt die Bitch natürlich wieder. Sie bringt dich jetzt wahrscheinlich in den Keller. Oh nein, du bist wieder. Sie bringt dich jetzt wahrscheinlich in den Keller. Sie bringt dich jetzt wahrscheinlich in den Keller. Sie hat mich. Ich komm dir gleich hinterher. Besprochen, ich komm gleich. Sobald's die raus ist... Raus ist mal kein Camper. Kellercamp ist auch scheiße. Mario, ich komme. Ja, ich seh dich. Okay. Ja, aber wir müssen noch warten. Wir müssen noch warten. Weil wenn die dich jetzt aushacke, dann kommt sie zu kurz. Ja, die kommt der Eck wieder. Klar, sicher. Sicher. Jetzt verfolgt die erstmal Mike. Okay, jetzt soll dein... Sofort weg. Ich geh voran. Ach, der ist ja ganz schön schlau. Nimm den Seiteneingang. Warte, nein. Nimm den nicht. Die ist grad hier. Ja, die verfolgt den alten Typen. Ja, Mike. Ich bin grad am Generator. Da bist du. Okay. Warte, warte. Wir müssen abhauen. Oh nein. Komm, hier hoch. Komm, hier hoch. Komm, hier hoch. Bring den jetzt im Keller. Wir müssen uns beeilen. Okay, komm her, komm her. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin echt im Keller. Wenn du mich haltest. Du berührst mich grad nicht immer. Ich weiß. Zumindest bei mir auch. Bei mir auch nicht. So. Oh. Siehst du die Kiste da? Mach die mal auf. Danke. Da drüben. Ja. Scheiße, wieso geht das nicht? Scheiße. Nein, Rocco. Was machst du denn? Ja, ich wollte ihn retten. Aber es ging nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Scheiße, deswegen. Steht die da bei euch? Ich bin dort, wo der Rabe ist. Scheiße, wieso ist der scheiß Rabe über mir? Ja. Das ist immer so. Na ja. Meistens. Mario, ich lenk sie ab. Und die runter, okay? Okay. Ah, scheiße, sie ist tot. Toll. Versuch Rocco zu heilen. Ja. Du musst das ausreißen. Ja. Okay. Okay. Ich will den Generator hier machen. Ich höre sie gerade nicht. Ja, sie ist hinter mir her. Okay, ich stehe direkt vom Rabe. Komm doch, wie ist der große Kartoffel? Haha, daneben. Die Taktik funktioniert ja echt. Welche Taktik? Wenn du dem Killer entgegenretzt und der rechnet nicht damit, dann trifft der dich nicht. Daneben. Behalte euch einfach. Ich weiß nicht, wie lange ich den noch beschäftigen kann. Daneben. Aber nicht mal mit dem Generator. Okay. Bei uns. Hahahaha, das hat wieder geklappt. Das klappt echt. Das ist viel gut. Was? Wenn man dem Killer entgegenrennt und der rechnet nicht damit, dann... 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 macht das den so fertig, dass er beim Zuschlagen nicht trifft. Der witzig. Ah, der Generator hier. Ach, okay, jetzt hat sie mich erwischt. Er ist... schnell befangen. Nein, jetzt hat sie mich, scheiße. Ja, scheiße, du liegst. Ja, ich seh euch. Ja, ich seh dich auch. Findet ihr mich nicht, oder was? Ich hör doch keinen Herzen. Ah, doch, warte. Sie kommt gerade in eure... etwas in eure Richtung. Nein. Ja, ist egal. Wir machen den Generator. Ich häng hier am Haken direkt beim Generator. Zwei Hecken bei uns. Nein, warte. Pass auf, die hat euch gesehen. Die hat euch gesehen. Die kommt in eure Richtung. Hört auf, hör auf. Die kommt in eure Richtung. Sie ist bei euch. Hau an da. Hey. Was war das? Die hat dich vom Generator geholt. Wenn du gerade dabei bist, den Generator zu fangen... Ach so, das geht. Wiss ich gar nicht. Die zieht dich dann weg. Dann, äh... Wollt? Komm hinterher. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Mario! Wo bist du? Achso, ja schon. Mario, rette ihn. Reicht, bevor sie wiederkommt. Hier! Jetzt nach hinten, komm. Nach hinten, komm hier hin. Hier hinter, komm. Ja. Wo ist die? Da ist sie! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Jetzt hat sie mich, hau ab! Hau ab! Hau ab! Lauf! Lauf! Okay, sie kommt dir hinterher. Steck mich hier im hohen Gras. God. Blödes, ich kann dich auch nicht mehr verretten. Das stimmt. Dann holt sie den sofort weg. Sorry, Rocco. Ach okay. Ich hab teilweise... Ich hab schon Lecks hier noch. Du bist ganz schön schnell, vor allem. Okay, dann bin ich gleich tot. Warte, komm nicht zu mir, sie ist immer noch hinter dir. Sie ist immer noch hinter dir. Ja, ja, ja. Oh, hau ab. Na, Rocco ist gleich erledigt. Ja, ich bin tot. Pass auf, sie ist hinter dir. Ja. Das ist mir grad verknapp. Ja. Shit, oh man. Ich bin hier hinten in der Ecke. Müsste mich eigentlich nur so... Könnt man auch nicht los, ne? Ich bräuchte eigentlich nur jemanden, der mich zwei Sekunden lang heilt. Dann möchte ich auch... Die rückwärts... Mario, die rückwärts. Wie? Ja, genau. Ich hab sie auch gehabt. Ich seh immer noch hinter dir, ihr Eis. Oh, das ist verflucht nackt! Das ist verflucht nackt! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Wie? Pass auf! Oh nein! Nein! Ich bin nur häng... Du läufst hier gegen die... Shit, 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 shit! Ich glaub, jetzt sterben die auch. Ja, ich bin... Ich verblute jetzt... Gerade... Und sie hängt Mario hier direkt auf. Ja... Ey, keine Chance. Ach... Ach... Ich muss einen Fluchtversuch machen. Das ist die Anziehung. Ach... Ich schau lieber im Sterben zu. Okay. Ich hol dich runter. Ich hol dich runter. Ich hol dich runter. Oh, naaah! Oh! Ich hab schon großen Versuch. Hab ich auch mal gemacht. Giss mal hier eben. Das Ding ist... Da steht zwar... Mit M1 kannst du dich erholen. Aber da steht dann... Wenn ich das versuch' Da steht dann da... Find Hilfe! Ja, das hab ich gerade auch. Ich hab' den Boden lag. Witzig... Möchtest du dich eigentlich gerade erholen? Mach' den auch noch! Find' Hilfe! Naja... Mario hängt am Haken. Ich blute aus. Trotzdem, du bist vor mir sterben. Wint' ja nix! Wint' ja nix! Au! Fördern! Das Gute ist... Wenn du jetzt stirbst, ne? Dann fällt der Haken auch ab. Ah! Könntest du noch die Lute finden? Ja, ich vermute ab. Bevor ich die finde mit dem Boden. Ja! Ich kann die zwar noch untersuchen, aber es bringt jetzt nicht wenig die Tode. Aber sie ist direkt hinter mir bestimmt. Ja, sie ist da. Ja, sie hängt mich auf. Und hier irgendwo war auch ein Haken an dir. Nein, der ist abgefallen. Stimmt, der feier Bock ist. Ach so, die fallen ab? Ja, man. Das wusste ich noch. Mit viel Glück schaffe ich das. Stimmt? Ja, ich versuch's ja. Aber... Ich glaube, hier ist wahrscheinlich jetzt direkt ein Haken. Da bin ich dronen. Nein, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Such, such die Luke! Ja, die ist meistens im Haus. Wir haben sogar hier nicht zuschauen. Nein! Sie hat's gesehen! Nein! Das war falsch! Wow! Was denn? War doch gut! Okay, das war aber klar. Nein, das war... Was machst du da? Das war keine Absicht! Was geht wieder? Ich kann die ganze Zeit wieder fragen. Nee, das kann ich nicht. Die hat wahrscheinlich den Haken schon gesehen. Die lässt mich jetzt auch eiskalt ausblühen. Ja, ich bin tot. Na, schade. Guck mal den Baum, da könnten wir nutzen für ne Forest. Können wir den Stocker draus machen. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Der hat meinen Taktik durchschauen, glaub ich. Aber war ein gutes Spiel. Wir steigen gefangen. War auf jeden Fall was interessanter. Ja, es war interessant. Ja. Ob aber leider nicht hinkommen sind. Aber ich fand's gut. Egal. Ah, try was es. Das war ein Versuch. Naja. Aber es war gut. Ich fand's anlässlich ganz gut. Ja. Ich hab auf jeden Fall auch. Und wir eben hier den ersten Level hier für den Jake. Naja. Ähm. Aber... Warte mal. Wie viel hab ich jetzt vom Taktik? Zum Beispiel. Jetzt ist es ziemlich genau. Ja. Jetzt hab ich zwei Minuten dazu bekommen. Sollen wir kurz ne Aufnahmepause machen? Ja, das machen wir jetzt erstmal. Meine Ma hat mich auch gerade gerufen. Doch, ma auch. Also ich... Wir machen hier ähm... Aufnahmenstopp. Wir nehmen jetzt weiter auf. Aber die Folge hier ist jetzt erstmal zu Ende. Einmal sind wir entkommen. Einmal sind wir alle gestorben. Gut, Mario. Zweimal. Aber naja. So läuft's. Mal verliert man. Mal gewinnen die anderen. Gepasst. Naja. Ähm. Ansonsten, ich versuch hier noch das tägliche Ritual hier voll zu machen. Ansonsten, ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir immer hoch und gerne ein Abo da. Diese Folge kann ich nicht genau sagen, wann du aufgeladen wird. Aber naja. Wir gucken mal. Ansonsten. Wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen. Danke nochmal an Mario und Rocco. Lukas, wann kommst du wieder zu? Wir vermissen dich. Melde dich mal. So. So. Wir haben ihn seit Wochen nicht gehört. Nein. Ähm. Lukas muss echt wieder dabei sein. Wir wollen ja endlich mal mit dem, äh. Let's, äh. Let's play with friends anfangen. Naja. Ansonsten. Ja. Schaut bei den beiden Kanälen vorbei. Lukas auch. Ich schreib's nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sag ich dir nochmal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsch euch was.